mhm und wieder kampf kämpfe kampf 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 ach du schon wieder hört was nur euro das als xl ein bisschen drohen und der rest greift an ja ja auch ihre und reflekt naja reflekt jetzt nicht unbedingt dass du kannst auch nein nein greifen ja der typ macht müsse zwischen euch gas und auch der explosion dann fliegt das gas in die luft macht nicht wirklich obwohl dabei können leute einschlafen was jetzt ist man nicht passiert das schon wieder dran nach moment des quiz ist die kraft an du hast ein bisschen euro so bärenkuss das hatte ich bis jetzt noch nicht ok das hatte ich wirklich noch nicht muss doch langsamer kaputt sein junge na komm jetzt kohle ist es gut umdrehen wenn wir sagen was man will excel nicht sexual durch ja ich weiß nicht was ich gesagt habe egal kampf geschafft ja gibt erfahrungspunkte und level ab und die erinnern sind auch schon verfasst am level da war das ist schön man hat schön festgestellt dass ich total unterlevelt war als ich hier das erste mal war ein speicherpunkt wir speichern ich speichern jetzt ja auch ich speichern jetzt grundsätzlich bei jedem speicherpunkt ich würde mal sagen wenn es gegen kampf gegen die hexe geht dann dürfte ich bald soweit sein dass ich hier cd2 endlich beende und wenn ich das unter einer stunde schaffen nämlich hat nach pokémon auf ja ich bin hoffentlich richtig obwohl speicherpunkt net hallo doppel hat das irgendeine gekoppelt neun ok bin ich richtig oder bin ich total daneben ich kann hier nicht weiter was ist das hier vorne und holt hallo meine damen und herren ok ich bin selber total falsch coole sache ich habe jetzt hey ich wollte daran vorbeigehen nicht da rein ich habe jetzt auch ein paar kommentare gelesen letztens hier dass viele leute es schön finden dass ich meinen ersten durchlauf von hier hiervon aufnehmen und kommentiere und das finde ich gut und ich sollte vielleicht mal checken ob mein mikro an ist ja es ist an das ist ein hinterhalt er kann zuerst angreifen Da bin ich jetzt dran Du greifst auch an Du drawst Hast du alles voll, ne? Ja, ah Du greifst auch mit an Den kann ich so platt machen, da hab ich doch von allem Das war nicht bei jedem 100, aber bei jedem so ziemlich viele Das geht jetzt schnell Da, da Spannender Kampf Aber ich habe Ich wüsste es auch jetzt schon um einiges schneller Jetzt durch die neue Kopplung da Nein, lass das Säure ist nicht schön Macht aber nicht so viel Schaden wie bei dem anderen Und Ach so, ich habe Ja, ich habe gewonnen Ok Laufelab Auf der K Ok Was lernst du jetzt das? GFHP Ja, kannst du lernen Ähm Prudenz Ja Du bist damit fast fertig Nochmal kurz durchchicken Du hast nichts mehr Ja 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 Du hier Du hier Saugen Wittwerfüber Stärke Mit Stärke Du bist an Dingens gekoppelt Du kriegst mal hier Stärke erstmal Ja Sehr wohls halt Geschick Ähm 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 Ich weiß, dass ich später Ein bisschen umkoppeln muss Eventuell ähm Ähm Wird das jetzt eigentlich gelernt hier Du hier Feuiger Feuiger Könnte ich machen Blitzer Könnte ich machen Da eine schöne Abwehr Tornado Ähm Ähm Engel Ich ging alles so ein bisschen Ich ging alles so ein bisschen Äh Und Hast du das noch? Nein Du nicht Dann hast du das Ne Du hast das schon Fuck Egal ähm Ähm Okay hier Er hat schön Gegen schweigen Und dann gegen alles mögliche andere noch ein bisschen Damit er Wenn ich Wenn ich wenigstens einen hab der ja nicht zaubern kann immer So Podopodo Aber das ist jetzt hier so ein bisschen Menüarbeiten Die dauert ja nie ganz so lange 2-3 Minuten maximal Ich werde die auch nicht rausschneiden da bin ich zu faul zu Okay wir gehen nach links Äh Das sieht mir ganz nah an einem Aufzug aus Wenn wir sagen wir fahren hoch Und stellen uns wieder Cypher und der Hexer Ich tippe mal jetzt einfach mal drauf Wow Vor denen ist tatsächlich noch ein Speicherpunkt Wenn ich an den Lass mich da an Ja 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 Jaaa Speichern bitte Da speichern Ja und diesen Stand überschreiben Und dann Will ich diese geile Musik Okay ähm Einmal kurz noch einmal vorher Mit Items Hochheilen So aufs Maximum Los geht's Und dann Ja 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 carrot Da Dann Então könnt ihr sie